Ich habe nichts gemacht, ich bin unschuldig. Ein Zettel. Ah, hier, alles klar, okay. Scheiße, ah, das ist so blöd an Minen, irgendwas kann immer einstürzen. Das ist der Grund immer, warum so viele Menschen bei Minenarbeiten zu Tode kommen, das ist der Grund, warum ich niemals in einer Mine arbeiten würde. Ach, rennen. Ich renne hier gleich voll wieder in einen rein. Ähm, das ist ein Akt der Zeugung. Sex! Oh mein Gott! Das ist so fies, dass die Viecher jetzt auch da durchkommen können. Das war im Ort, Last 1 war das immer der Moment der Sicherheit, wenn man sich irgendwo durchgewurschtelt hat. Ich sehe nichts. Das ist eindeutig eine Frau. Oh. Also Lynn ist eindeutig die Mütter. Das ist doch eklig. Lauf doch! Dass man den Befehl fürs Sprinten immer wieder neu ausführen muss. Also diese blöde Schnake, die hier rumfliegt, die nervt mich. Fuck! Ich will gar nicht wissen, wie nah der war. Oder sie. Das war ja eine sie. Ich weiß, dass ich mich im Wasser verstecken kann. Aber will ich das denn? Woahheh. Seh' nix. Ah. Bin ich tot? Jetzt bin ich tot. Au. Ach. Ach. See you, Nix. Fuck. Alter, ist das laut. What? Diese blöde Schnack, die rumfliegt, die geht mir so auf den Sack. Okay. Was ist das? Was? Was ist das? 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 ich habe ehrlich gesagt keine ahnung mehr wo ich hin muss also wirklich safe mind when i pass beyond this point aha aha ja 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 Was ist das? Ja, komm schon. Bitte lass mich endlich hier raus. Bitte. Sieht gut aus. Ich hoffe, dass, was auch immer, dieser Typ für einer ist. Okay. Mal kurz. Sie scheint wohl nicht mitbekommen zu haben, dass wir hier lang sind. Was ist das? Nein, ich muss wieder warten, bis er wieder zurückkommt. Also wieder komplett zurück, vorne schieben lassen, zurückrollen lassen, Weichen umstellen, zurückrollen lassen. Ach, was ein Hickhack. Ach, was ein Hickhack. Oh, toll, ich höre sie schon wieder. Ach, ist das nervig. So viele Skelette hier unten. Sie lieben dich. Nicht wie ich. Oh. 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 Oh Gott. Fuck, ist die nah hinter mir. Nein, jetzt geht doch da lang. Nein. Sie ist hinterhergesprungen. Oh. Ich bin. Okay. Ich bin. Ich bin. Ich bin gerade richtig angespannt. Wenn ich mich bitte irgendwann mal wieder aus diesen Minen raus... Okay, da oben läuft irgendjemand... Hä? Achso. Oh, die Olle ist doch bestimmt hier oben lang. Ich lese das alles gleich vor. Wir haben jetzt verschiedene Texte, die wir vorlesen können. Und Szenen, die wir noch anschauen können, wo nochmal was dazu sagt. Aber gerade ist, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Oh, ja. Oh! Oh! Sind wir jetzt am Ende angelangt so langsam? Ich habe mich nicht mehr so gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gemacht. Wir müssen uns. Kinder, dein Vater, den Christen wir uns. Schau. Mein Gott. Oh mein Gott! Linh! Linh! Oh mein Gott! Linh! Linh! I'm here! Oh no! So much! No! Linh! I'm beating you! Get off! Get off me! Stop! You have to tell me! Get off of me! Not unless you answer! No! Fine! Then you have to give up! If you say I win, I'll let you up! Okay... You have to say it! You win! Okay? You're such a pushover, Blake! What's going on with your hair? Girls, your hair! They look out through your head again! What the fuck? She said to ask... ... 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 Diese Haare? What the fuck? Sie sagte, sie fragte, nicht wahr? Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich wollte nur wissen. Du bist auch ein Nerd. Ich weiß. Dass ich jetzt hier wieder zurückgeworfen werde. Das geht ja ab. Nein, bitte. Was bist du denn für ein ekelhafter Typ? Was ist das denn? Es war nicht so. Was wolltest du? Du wolltest nicht sagen? Du weißt, Schäme ist ein Gift von Gott. Das ist ein ekelhafter Typ. Was für ein ekelhafter Typ? Geh nach Hause und pray. Bleib! Ich will, du bleib! Oh nein, bitte nicht. Bitte lass mich jetzt nicht die Dinge hören, die ich nicht hören will. Responsibility. Respekt. Self-esteem. Oh nein, das ist so widerlich. Warum wusste ich das? Oh, das ist so widerlich. Warum wusste ich das? Oh nein. nein. Iter, you think you saw? Fuck! Heilige Scheiße, was passiert hier denn? Ah! Jessica konnten mir nicht helfen und Lynn auch nicht. Fuck! Fuck! Lynn! 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 You're alone.